Haarausfall stoppen nach Corona und Covid-Infektion. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Selz. Immer mehr Patienten melden sich. Ich verfolge das Thema Haarausfall schon sehr, sehr lange, lange Jahre. Und in diesem Video soll es darum gehen, was man konkret tun kann, welche Laborwerte und so weiter, wenn man unter diesem Phänomen eben leidet, dass man nach Corona seine Haare verliert. Ich werde ein bisschen auf die Ursachen eingehen, auch auf die Wissenschaft und so gegen Ende des Videos dann, was ich für Laborwerte erhebe und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hilft und gerne den Kanal abonnieren, denn hier werden häufig oder regelmäßig Tipps rausgegeben, was man tun kann beim Thema Darm, beim Thema Hormone, beim Thema Toxine, beim Thema Infektionserkrankungen. Und hier steckt man schon mittendrin. Was ist bekannt? Es ist einfach bekannt, dass viele Menschen nach Covid-19 ihre Haare verlieren. Mir selbst ist auch schon so gegangen, sie fallen einfach so vor einen hin. Haarausfall ist ungefähr so 50 bis 100 Haare pro Tag ist normal, wenn wir verlieren, aber da sind wir dann deutlich drüber. Und die Haare, die fallen fast büschelweise aus. Es ist immer wieder, dass Patienten das berichten, dass es fast büschelweise ist. Grundsätzlich mal die Ursachen für einen Haarausfall generell. Wir haben einmal den Stress und hier bei Corona ist es gerade ein besonders großes Thema. Wir denken, Stress ist immer psychisch, aber Stress ist im Prinzip genau die gleiche Stressreaktion, die bei einer psychischen Reaktion stattfindet. haben wir auch, wenn wir erkranken beispielsweise, auf der Intensivstation liegen, der Körper eine Infektionserkrankung durchmacht. Also der Weg im Hormonsystem bei Stress ist der gleiche. Und man vermutet in der Wissenschaft, dass Stress, eben nicht der psychische Stress, sondern der körperliche Stress hier, ein Faktor ist, wieso die Haare eben so rapide ausfallen können. Ein zweiter Faktor ist, dass sich Antikörper vermutlich bilden gegen die Haarwurzel. Ich habe also auch Fälle, wo Patientinnen und Patienten nach der Impfung diesen Haarausfall erleben. Und viele Gynäkologen kennen das auch mit dem Haarausfall mittlerweile, weil sich einfach die Damen halt bei ihnen melden, weil sie denken, es ist vielleicht hormonell bedingt. Also Stress ein Faktor. Hormone habe ich gerade schon genannt. Ein weiterer Faktor, wir wissen aus den Wechseljahren und so weiter, dass durch hormonelle Veränderungen, also es ist nicht nur stressbedingt, sondern eben auch Sexualhormone, Progesteron, Östrogen und diese ganzen Kandidaten, dass die eben einen Haarausfall machen können. Dritte große Ursache ist die Durchblutung, gerade bei den Männern. Wenn man das mal gesehen hat im anatomischen Präparat, wir haben hier die Kopfhaut, diese Schwarte, die ist sehr, sehr kompakt. Und man kann sich so vorstellen, dass er einfach schlecht durchblutet oder sich immer weiter schlechter durchbluten lässt im Laufe der Jahre. Und das ist auch ein großer Faktor, dass einfach der Haarbalk nicht mehr gut versorgt ist mit dem Blut. Und dann kommen natürlich auch die Nährstoffe nicht mehr so gut hin. Auf die Nährstoffe werde ich gleich noch eingehen. Auch ein ganz großer Faktor, den man anschauen muss eben beim Thema Haarausfall. Und wenn wir älter werden, dann gibt es noch die Probleme mit den Cholesterinplugs oder generell mit der Kopfhaut. Die Kopfhaut schwitzt und die Poren können zugehen. Und dann reicht es eigentlich schon, wenn man mit dem Mikroskop, es gibt so Spezialmikroskope, auf die Kopfhaut schaut. Und dann kann man sehen, hoppala, hier sind ja die Haare, der Balk ist komplett zu, ja. Also das Haar hat gar keine Chance, dass man hier einfach, dass er durchwachsen kann. Und das ist auch ein weiterer Punkt zum Thema Haarausfall. Gehen wir nochmal auf zwei kleine Sachen ein. Spielt jetzt bei Corona keine Rolle, aber bei Gewichtsabnahmen oder auch bei Bestrahlung, Krebserkrankung und so weiter kann natürlich der Haarausfall auftreten. So, was mache ich konkret? Ich habe einfach folgende Vorstellung. Der Körper geht in eine Infektion hinein. Das heißt, die Infektionsparameter schießen hoch, das Immunsystem fährt an. Und was ich sehr, sehr häufig beobachte, weil ich es einfach wirklich bei jedem Patienten messe, ist die Tatsache, dass die Nährstoffparameter, die vor allem wichtig sind für den Haarausfall, komplett nach unten gehen. Was gehört da dazu? Beispielsweise die komplette B-Vitamin-Reihe, ja. Alle B-Vitamine werden für den Haarausfall beziehungsweise für das Haarwachstum benötigt. Wenn wir hier ein Nährstoffproblem haben, wie beispielsweise beim Biotin, wie beispielsweise Folsäure B6, B12, das messe ich bei meinen Patienten, dann wird es mit dem Haarwachstum nichts. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn man schon aus so einer leichten Mangelsituation dann letzten Endes reingeht in so eine schwere Infektion, wo dann zusätzlich noch beispielsweise Zink verbraten wird. Wir haben einen Zinkverbrauch, der zehnmal höher liegt in der Infektionserkrankung als im Normalbetrieb. Und wir wissen, Zink ist eben auch so ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Haare, beim Thema Haarausfall. Und man kann sich gut vorstellen, wenn dann die Infektionserkrankung kommt, wenn sie schwerer verläuft, dass dann der Körper eben sehr, sehr viele Nährstoffe verbraucht, wie beispielsweise das Selen auch, hat jetzt aber mit dem Haarausfall nichts zu tun. Also Biotin, B-Vitamine, Zink, auf das konzentriere ich mich stark. Und da gibt es noch das Eisen. Eisen ist ein, also es gibt zwei Eisenwerte, die wir uns anschauen. Es gibt einmal das Eisen, das quasi im Knochenmark gespeichert ist als Speichereisen, der sogenannte Ferritinwert, den sollte man auch überprüfen, wenn man seinen Eisenstatus wissen möchte. Und es gibt noch paradoxerweise den sogenannten Eisenwert im Serum, der ist allerdings nicht geeignet, um einen Eisenmangel festzustellen. Also man braucht immer den Speichereisenwert, Ferritin beispielsweise oder die Transferinsättigung oder das Transferin. Und interessanterweise ist, dass dieser Eisenwert im Serum, also im Blut gemessen, dass das ein Infektionsparameter ist. Sprich, der Körper verbraucht in der Infektion sehr, sehr viel Eisen und kann da natürlich eventuell auch, wenn er schon eisenleer ist oder einigermaßen eisenleer ist, in eine Situation kommen, wo einfach das Eisen fehlt und dann das Haarwachstum dadurch geschädigt ist. Unter 70 Ferritinwert, sagt man, ist die telogene Phase des Haarwachstums oder kann die telogene Phase schon beeinträchtigt sein. Wir wissen es aus Deutschland, dass sie unter 10 beim Hausarzt eigentlich nicht gesagt bekommen, dass sie einen Eisenmangel haben. So alles, was über 10 Ferritin ist, ist sozusagen in Deutschland gut. Die Grenzwerte haben sich ein bisschen geändert. Ich bin komplett anderer Meinung, denn ab 70 können eben die Symptome anfangen und ich sehe zu, dass bei meinen Patienten der Ferritinwert immer im dreistelligen Bereich ist. Und gerade wenn ich dann so einen Patienten habe nach Corona mit Haarausfall, schaue ich mir alle Parameter an, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Auch den Eiweißparameter muss man auch mal schauen. Ja, viele Menschen haben dann noch einen niedrigen Eiweißmangel, sodass das Immunsystem in eine Schräglage kommt. Also das ist so das Basic, die kleine Besteckschublade, die ich bei jedem Menschen anschaue. Und zwar in der hämatokrit-korrelierten Vollblutanalyse, also nicht in der normalen Analyse, sondern hämatokrit-korreliert, sodass es ganz, ganz genau ist. Und das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist dann, dass ich je nachdem, wen ich vor mir habe, das Hormonsystem anschaue. Ich habe ja sehr viele Videos zum Thema Hormonsystem da draußen. Und letzten Endes kann man dann auch schauen, kommt der Patient vielleicht oder die Patientin schon aus einer Hormonschieflage und die Infektion hat ihm oder ihr dann den Rest gegeben. Stresshormone gehören natürlich auch angesehen. Und dann, wenn das alles nichts bringt, dann schaue ich mir das Immunsystem an. Immununtersuchungen sind natürlich ein bisschen anspruchsvoller im Auswerten, auch ein bisschen preisintensiver bei Selbsttaler-Patienten. Aber es lohnt sich dann hier doch reinzuschauen in Richtung Autoimmunreaktion und so weiter und so fort. Ich habe gestern einen interessanten Bericht darüber gelesen, auch in der Wissenschaftszeitung, so nach dem Motto, ja, Long-Covid-Syndrom und was es da jetzt für Quacksalber gibt und so weiter und was sie alles anbieten. Aber ich muss mal eins sagen, ja, wenn wir uns hier mal die wissenschaftliche Seite anschauen, ich habe mal eingegeben in die Suchmaschine, in die medizinische Suchmaschine, was gibt es denn da alles beim Thema Haarausfall? Und jetzt bin ich hier im Februar 2022 auf eine Review-Studie gekommen und letzten Endes können sich die Review-Studie mal selber durchlesen und da steht im Wesentlichen drin, ja, wir haben so und so viele Studien untersucht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das waren, ich glaube 26 Stück oder so. Und sie haben da, ja, 26 Studien haben sie durchgeguckt, 9 plus 17, genau, Case Reports und so weiter. Nein, insgesamt 58 Case Reports und im Endeffekt steht da drin, ja, es gibt das Phänomen des Haarausfalls bei Covid, aber es muss näher untersucht werden, wir wissen auch noch nicht, was wir machen. Insofern bin ich natürlich auch Gegner von irgendwelchen obskuren Methoden, die dann jeder Patient sozusagen draufgedrückt kriegt. Aber letzten Endes, hier ist anders, hier geht es um die präzise Diagnostik des Stoffwechsels und wir wissen schon lange, was eben Haarausfall, was da für Mikronährstoffmängel sind, welche Ursachen und so weiter. Und im Jahr 2022, 2023, 2024 kann man das eben einfach mittlerweile laborchemisch erfassen. Und wenn jemand einen sehr, sehr starken Leidensdruck hat, dann muss man diesen Weg auch einfach gehen, weil er ist alternativlos, Punkt aus. In dieser Review-Studie steht, dass die meisten Corona-Haarausfälle reversibel sind, also dass es von alleine wieder kommt, das Haarwachstum. Allerdings muss man sagen, dass ich schon bemerke, dass es lange dauert, über Monate geht, ja, also dass es nicht einfach so ist, Haare fallen mal schnell raus und nach sechs Wochen sind sie wieder da. Und hier werden auch Fälle beschrieben, die eben, wo es eben heißt, ja, Haare blieben weg. Ich habe eine Patientin nach der Impfung, dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, Alopecin nach Haarausfall oder Alopecin nach Corona-Impfung oder irgendwie so, dort war es die Impfung, die die Patientin, die wurde, glaube ich, geimpft und dann hat sie die Erkrankung nochmal durchgemacht und seitdem sind alle Haare komplett weg. Ja, es ist natürlich eine riesengroße Katastrophe, wenn so etwas passiert. Zum Thema Immunsystem gibt es auch einen Haufen Videos von mir, ich verlinke hier nochmal mein Webinar und mein E-Book, einfach reinschauen, denn auch im Bereich Immunsystem können wir viel, 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 viel mehr machen, als im normalen Kassensystem letzten Endes bekannt ist, gerade bei Infektionserkrankungen wie Viruserkrankungen, da spielt es uns einfach sehr, sehr in die Hände, dass die Labormedizin schon so weit ist. Das war es im Prinzip, ich hoffe, dass Ihnen das Video was gebracht hat und ganz viel Erfolg und lassen Sie lieber die Parameter anschauen, weil dann wissen Sie, wo Sie suchen müssen und nicht irgendwie über Monate verschleppen und was ausprobieren, am Ende hilft es nicht.